dritte versuch ich bin wieder irgendwie darunter und okay da sieht man nichts das ist nur so eine blende so eine klappe weiß ich nicht was hier am bulli drunter ist aber so saß jetzt gerade auf dem video aus so jetzt bin ich auf der beifahrer seite angelangt die tür zu auch hier das erste was man so sieht ich denke mal ja klar es ist überall etwas rost zu sehen aber ich gehe mal einfach davon aus dass es nicht so gravierend ist sondern einfach wirklich nur vom stehenden flug rost und weil die ganzen türkanten die schwelle so sehen gut aus ostseite also das ist die beifahrer seite steht richtung osten sehen die reifen noch relativ gut aus von der schabenbremse sehe ich leider nicht viel aber das wird alles richtig gut voraus zu sein das werde ich alles zerlegen so jetzt geht es mal einmal ja den schweller drunter her und ein schwenk nach vorne in fahrtrichtung leichter schwenk nach hinten und dann versuche ich mal um das unkraut und durch die dornen hier durch zu kommen und ein paar kleine aufnahmen zu machen jetzt bin ich schon wieder hier an seinem kraut dieser dicke bolle steht auch im weg ja ich hoffe man sieht etwas weil ich sehe jetzt leider nichts logischerweise weil mein arm und die kamera tiefer ist als meine augen um so eine kurze bestandsaufnahme zu machen sollte es sollte es reichen nächstes mal nehme ich so eine komische ihr habt das alle sondern so ein kamera halter da so ein joystick oder so ein selfie stick so heißt das ding werde ich mir glaube ich mal zulegen weil ich bin ja nun mal nicht mehr der jüngste jahrgang so mit jahrgang 57 das kann euch selbst ausrechnen ich stehe kurz vor der rente und da weiß ich noch nicht so wirklich was ich dann mit meiner freizeit machen soll so ok ich bin jetzt einmal rum ok gut jetzt gehe ich noch mal hier hinten und dann sollte es auch reichen doch noch eine kuppel keine ahnung was ist das ein reserverad ist dann auch runter ok gut jungs ich merke mich wieder bis dann tschüss